Ja, hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung und liebe Assassin's Creed Fans. Es ist wieder mal Zeit für, ja, Assassin's Creed 4, ne? Und der erste Typ war schon am Ausragen, der gerade mir hoffentlich ein paar Plageister vom Hals hetzt. Der erste ist tot, der zweite folgt zugleich, ne? Und der dritte, ach man, es war da schnell Schauspieler im Weg. Der hat meinen wunderschönen Plan gestört. Da hinten, ihr braucht auch noch mal ganz kurz in Ruhe, ne? Ihr stifte schön Zwietracht. Du sollst Zwietracht schüren, so. Bämst. Und die Deathmatch, los. Bämst. Bist ein guter Mat. Ist da hinten wieder so ein großer? Ne. Muss ich da hinten erstmal einschläfern, irgendwie so ein bisschen? Die niederstechen. Und euch auch. So, habt ihr Schlafpfeile für mich? Kugeln. Ohne Pistolen. Wir hätten den Loot echt mal anpassen müssen an das solch, was du brauchst. Ganz ehrlich, der Loot ist ja jetzt scheiße. Der nützt mir leider nichts. Habt ihr zufällig welche dabei? Kugeln. Klar, brauche ich auch voll. Wenn ich ein, was ich brauche, ne? Dann sind's Kugeln. Definitiv, dann sind's Kugeln. Jetzt war da jemand. Das ist vielleicht, obwohl ich könnte einfach... Hier rein. Dann gucken. Da wär einer. Da oben wär der scheiß Scharfschütze. Ich hoffe mal, der eine geht woanders lang. Dann klappt's nicht. Ja, hast du mich entdeckt, ne? Wie fühlt sich jetzt cool? Also, ich sterbe, ne? Cool, ne? Ja, die lassen zwar alle Munition, aber auch keine Munition, die mir... die mir... na ja... die mir was bringt, eigentlich. Ich würde ja gern den Sniper hier oben, ne? Zum Bursar machen, aber der hat sich seh'n Typ nicht. Der ist versteckt. Ich hab' da was nix tut, oder nicht? Kann ich den nicht nutzen, verdammt? Ey. Macht mich aggressiv! Ich hab' da was, ich hab' da was, ich hab' da was, ich hab' da was. Ich hab' da was, ich hab' da was. Komm! Komm! Ja, der Typ ist wieder mal so weit weg. Ist hier unten immer so ein Leutnant... irgendwo. So ein... leh... Leutnant irgendwie. Ist aber einer. So ein... stärkerer Typ. Da ist zumindest einer. ein bisschen unruhe schüren das ist doch gut und der nächste scharfschütze kollege sehen kann heute wäre es ja gar machen und nicht einschlafen lassen so es ist schlecht wenn er mich sehen kann okay jetzt greife dahin drinnen alle ans ist schon mal ganz gut und ich kann den seine knarre natürlich klauen das ist das nächste wunderschöne aber schon da habe ich auch nicht wieder was schönes ein schönes gewehrchen kann hier mal das ist eigentlich klappen es müsste eigentlich funktion aus der reichweiler ist doch ein scharfschützengewehr der nächste ist weg so man mag es jetzt schön mit sniping action hier die dürfen wissen gar nicht wo es herkommt okay wissen noch wo es herkommt so du stirbst da mal ja man hätte es viel stealth erledigen können aber drauf geschissen so da ist jemand weg es dauert bestimmt noch eine weile bis ich alle weg habe da 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 Ganz ehrlich, Rauchbombe hin und los. So, du noch. Dann du. Dann du. Okay, komm her. Kurzgum, wenn ich schon aufnehme. Sechs Minuten noch, okay, geht noch. Vielleicht mache ich schon wieder mal 13 Minuten oder sowas. Da, komm her. Ja, komm her, komm. Zeig doch mal, was ihr drauf habt. So, ihr beide macht mal einen auf Berserker. Na, wer hat mich denn jetzt hier überfallen? Du. Du stirbst auch. Hast du Rauchbomben für mich? Nein. Oh, Kugeln, die mir nichts mehr bringen. Und da geht's doch... Na, komm, renn rein. Da geht's auch auch schon rein. So, die Zellen finden. Oh. Ach, das ist ein Verstecker. Da habe ich doch gerade schauen, es ist Wayne. Der ist unter anderem Wayne, der Typ. So, gestorben. Ist der typiert gleich? Ja, da ist er doch auch. Hallo, Rain. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns noch als Freunde getrennt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und 4. Und rüber, rüber. Ach, rüber! Na, komm. Mary? Mary, ich bin's. Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht, wo. Ich weiß, du schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Stütz dich auf dem Arena, komm. Wollte sagen, das machen wir auch aus der nächsten Folge. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.